Hey Leute, mein Name ist EpicStun und mit dabei ist heute Katscha. Hallo! Ich bin unschuldig. Hallo Katscha! Hi! Na? Okay, ich glaube ich gehe mal hier hinten schnellstmöglich Gold aufsammeln. Ja, ja, ja. Das ist glaube ich schon mal nicht schlecht. Du bekommst gleich dein Schwert. Insgesamt kannst du hier natürlich auch Tränke kaufen. Das wäre auch eine sehr gute Idee. Okay, ich gehe mal hier vorne. Nimmst du da schon Leute weg? Nein, ich habe doch keinen weggeschnitzt, Katscha. Aha. Ich mache gar nichts, wirklich nicht. Ich weiß auch gar nicht, wo welche weggeschnitzt wurden. Ich sage mir hier die ganze Zeit Gold auf. Ein Gold habe ich auf jeden Fall schon. Bist du dir die Tiefreund? Nein. Oh, was ist denn da los? Hallo, guten Tag. Willst du mich weggeschnitzen? Nein, will ich gar nicht. Oh, du wolltest. Ich habe keinen getroffen. Welche? Wie geht denn das hier? Oh, da ist die Leute, da ist die Leute. Kommt der mir hier entgegen? Ja, da kommt der mir hier entgegen. Perfekt. Einen habe ich. Da ist noch einer. Habe ich auch. Ist hier noch einer? Nö, hier ist keiner. Ich hoffe, dass du nicht hier der Detektivfreund bist, Katja. Nö, dann habe ich dich schon weggeschnitzelt. Hey. Okay, da vorne sehe ich noch einen. Treffe ich den so? Ja, den habe ich so getroffen. Sehr gut. Da sehe ich eine Katja. Komm mal auf, du. Hey, wo flutschen du so schnell hin? Katja, wo bist du? Hier sind unsichtbare Leute. Hier war... Hey. Du warst da ein Bild drin. Ich bin im Unsichtbaren hinterher gelaufen. Auf einmal warst du da. Okay, es sind noch fünf Leute übrig. Jetzt sind nur vier Leute übrig. Ist hier jemand in der Mitte gerade? Aber ich glaube, ich sehe da gerade keinen. Nee, 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 nee. Hier sehe ich keinen. Doch, da sehe ich noch einen. Es kaufen sich sehr viele Tränke hier. Das war der nicht tief sogar. Oh, das war nicht schlecht. Okay. Hier ist aber gerade, glaube ich, keiner. Ich gehe mal hier außen rum. Drei Leute noch. Sehe ich einen auf der Karte? Nein, bis jetzt sehe ich noch keinen auf der Karte. Da liegst du einfach, Katja. Oh. Jetzt gehen wir hier entlang. Hallo. Hier sehe ich aber gerade... Doch, da sehe ich einen. Hab einen. Sehr gut. Oh. Okay, Bogen wurde auf jeden Fall fallen gelassen insgesamt. Oh, oh. Da steht einer. Hallo, guten Tag. Und... Nein. Hey, ich will den auslösen. Ich glaube, das sind schon ein paar Leute, die in die Falle reingeblumst. Was war das denn? Okay, der ist da vorne. Der könnte sich natürlich auch den Bogen holen. Ah, den kriege ich so leider nicht. Nee, 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 nee. Okay, er geht hier entlang. Es sind noch zwei Leute insgesamt. Der Bogen wurde aufgesammelt. Der Bogen wurde aufgesammelt. Okay, das war hier drin. Wo ist er denn hier aber abgeblieben? Vielleicht... Ah, der ist da vorne. Er hat mich getroffen. Sehr gut. Dann geht es hier entlang. Und ich habe ihn. Sehr gut. Jetzt noch eine einzelne Person übrig. Hier sehe ich aber gerade keinen insgesamt. Nee, 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 nee. Oh, vielleicht ist da hinten einer versteckelt. Moment mal. Ich gehe mal hier entlang. Hallo. Ist hier die letzte Person versteckelt? Ja, das ist die letzte Person. Oh, ich habe gesungen. Weg von. Ich bin Detektivfreund. Katja, gehen wir zu den Türen? Ehrlich? Ja. Okay, wir gehen zu den Türen. Wenn du die falsche Tür auswählst, wirst du weggeschnetzt. Ansonsten bekommst du drei Goldigold. Aber du machst das auch, oder? Ja, klar. Oh, das ist doch Gold. Welche nimmst du? Ja, ich nehme die mittlere, okay? Dann nehme ich hier die linke. Ja. Ach, epic. Ich habe keine Tür genommen. Bye, bye. Nein. Du bist kein Mörder. Ich bin Detektiv. Nein. Oh, Mann. Katja. Ich nehme auch eine Tür, okay? Ja, mach mal. Du darfst dir aussuchen. Welche Tür möchtest du gerne haben? Bitte Gold, bitte Gold, bitte Gold. Nein. Das war's wieder. Mörder bin ich nicht. Detektiv bin ich auch nicht. Aha. Also bin ich unschuldig. Nee, mach. Oh, nein. Ich bin wirklich... Du bist unschuldig? Ja, klar. Dann werden Leute weggeschätzt schon. Das ist Mörder. Katja, was denn da los? Ich bin gerade mal überhaupt gar kein Mörder. Es sind alle in der Mitte. Es sind alle in der Mitte und ich bekomme einen. Na ja. Wow, aufhören. Hey, jemand schießt auf mich schon. Katja, ich habe da gesehen, was du gemacht hast. War nichts gemacht. Schnellbleib, du bist da runtergesprungen. Oh, nein. Detektiv weiß, wer ich bin. Oh, 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 oh. Ich muss von Detektiv aufpassen. Ist der hier irgendwo? Ich bin mir nicht ganz sicher. Der könnte hier natürlich auch um die Ecke sein. Falle mal ausgelöst. Wow. Er hat wieder geschossen, Katja. Das ist hier der Fuchs, glaube ich. Das ist der Fuchs, der kann gleich wieder schießen. Ich muss ein bisschen aufpassen. Er geht da vorne lang. Oh, jemand ist hinter mir. Weggeschnetzelt habe ich. Okay, er kann auch von da hinten schießen. Ich habe leider nichts, um die Falle auszulösen. Aber der will auslösen. Nee, der löst nicht aus. Okay, wo ist der Detektiv? Da oben sind welche auf jeden Fall. Da bist du vor allen Dingen auch. Hallo, Katja. Hast du keinen Bogen? Nein. Nein. Noch fünf Leute sind übrig. Okay, mal gucken, ob ich hier irgendwo den Detektiv finde. Hier ist er aber gerade schon mal nicht. Ich laufe mir hinten dran her, um auf jeden Fall nicht über die Pfeile laufen zu müssen. Da vorne ist gerade eine Person lang gelaufen. Ich gehe mal hier entlang. Kommt ihr mir hier entgegen? Aber hier sehe ich keinen. Nee, 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 nee. Hier kann man sich auch überall in den Bildern verstecken. Es wird auf mich geschossen. Der ist da hinten. Da ist der Detektiv. Oh, der schießt auch. Sehr gut. Nicht getroffen. Und die wurden gegenseitig. Oh, noch einen gewonnen. Einer ist noch übrig. Da ist der letzte. Und ich habe gewonnen. Als ob. Sehr gut. Ich bin Detektiv. Bist du das? Ja, eventuell. Na gut, dann bin ich dein Köder. Ja, oder bist du vielleicht ein Mörder? Köder. Guck mal, wie viele. Guck mal, da hinten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Leute sind da. Noch mehr wahrscheinlich. Das ist fast jeder. Okay, ich habe einige im Blick. Falls jemand weggeschnetzelt werden sollte, kann ich den sofort selber wegschnetzeln. Okay, bis jetzt wurde noch keiner weggeschnetzelt, Katja. Du bist natürlich auch sehr verdächtig. Oh, 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 ist er ein Mörder? Ich hoffe, oh nein, es sind viele Leute bei mir. Ich habe ein bisschen Angst jetzt gesamt. Ich hoffe, hier ist keiner Mörder von denen. Ja, oder du kannst alle dann einfach wegschnetzeln. Das ist auch nice für dich. Ich bin Detektiv, Katja. Ich kann nur den Mörder weggeschnetzeln. Okay, aber bis jetzt wurde wirklich noch keiner weggeschnetzelt. Es könnte auch echt sein, dass du der Mörder bist. Oh, ja, Sand. Sand, 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 Sand. Oh, der läuft da vorne entlang. Das ist eine Sackgasse. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich gehe hier vorne entlang. Okay, da kommt er nicht mehr raus. Und ich müsste ihn so bekommen. Nö, aber er kommt trotzdem nicht mehr raus. Okay, okay, er kann natürlich entgegenlaufen. Bisschen Angst habe ich. Und ich habe ihn. Sehr gut. Sehr gut. Ich dachte nicht, dass du wirklich Detektiv bist. Ja, wie immer. Ich bin Mörder. Och, halt, Abstand. Katja. Wie kann man denn immer hier irgendwie mal sein? Nimmst du die mittlere Tür? Ach komm, nee, als ob du jetzt noch siehst, dass ich hier irgendwo hinlaufe. Nimm die mittlere Tür. Nö, passt schon. Einer habe ich schon weggeschnetzelt, Katja. Das sind richtig viele bei den Türen. Was ist denn da los? Oh, kriege ich die Person auch? Ja, du hast die Person bekommen. Es tut mir leid. Nein. Ist hier noch jemand irgendwo? Nö, hier ist gerade keiner. Okay, Detektiv läuft doch hier irgendwo rum. Da ist jemand in der Mitte. Oh, da ist sogar hier noch einer. Stehen bleiben, mal ganz kurz. Stehen bleiben, stehen bleiben. Nein, der bleibt nicht stehen. Habe ihn. Sehr gut. Okay, da hinten war noch eine Person. Das sind noch zwei Stück. Da ist halt irgendwo auch der Detektiv dabei. Wow, der Detektiv steht neben mir. Was ist denn da los? Okay, ich schaue mal hier. Hier war gerade noch einer. Ich weiß nicht, ob der sich hier irgendwo versteckt hält. Bogen wurde aufgesammelt. Ja, da hat sich tatsächlich einer versteckt. Sogar zwei haben sich da versteckt. Nein. Wow. Da wurde auf mich geschossen. Millimeter knapp insgesamt. Die Person. Oh, die läuft hier hoch. Fährt sie Zug? Wow. Nicht getroffen. Sehr gut. Und einer fährt sogar Zug. Okay, da oben liegt jetzt hier der Bogen insgesamt. Ich könnte zum zweiten Bahnhof gehen. Ich glaube, das mache ich schnellstmöglich. Da ist tatsächlich jemand. Habe ich. Okay, noch zwei Leute. Dann gehe ich mal drüben auf der anderen Seite. Schauen, ob da vielleicht noch jemand ist. So komisch, dass der Bogen nicht aufgesammelt wird. Ja, das ist sehr gut. Ich gehe mal hier entlang. Sehe hier irgendwo noch eine Person. Aber gerade sehe ich hier keinen. Der Bogen müsste da oben liegen. Okay, die sind wirklich beide beim anderen Zug. Hier entlang geht er in die Mitte. Der kommt wirklich in die Mitte. Tatsächlich. Hallo, guten Tag. Und habe ihn. Jetzt die Frage, ob der andere fährt. Er fährt, er fährt, er fährt. Er ist losgefahren. Okay, ganz schön auf der anderen Seite. Das solltest du zeitlich schaffen. Ja, das solltest du schaffen. Und dann kann ich den direkt beim Bahnhof auch wegschätzeln. Sehr gut. Hier entlang, hier entlang. Da fährt er, da fährt er, da fährt er. Bitte, 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 bitte. Oh, oh, oh. Ich habe getroffen, Werdefant. Wie gut. So, Leute. Das war es mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst unbedingt einen Daumen hoch und ein Abo da. Schaut bei der lieben Kata vorbei. Und wir sehen uns wie immer morgen wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.